Fluch, auch als Fluchwort bekannt, ist der Ausdruck eines negativen Wunsches oder das Aussprechen von Worten voller Hass und Wut gegenüber einem anderen Menschen. Obwohl es nicht unbedingt darum geht, Schimpfwörter zu verwenden, hat es das Potenzial, Leiden und Unglück für die andere Person zu verursachen. Im Christentum werden Flüche sehr ernst genommen, da geglaubt wird, dass Worte die Kraft haben, die Realität zu beeinflussen. In der Bibel, die für viele Menschen auf der ganzen Welt von entscheidender Bedeutung ist, wird das Wort als äußerst wichtig angesehen. In der Bibel lesen wir, dass Gott die Welt durch sein Wort erschaffen hat, was die Macht des gesprochenen Wortes betont. Aber nicht nur das Wort Gottes hat Macht. Auch das menschliche Wort wird als wichtig angesehen, da Menschen nach dem Bild Gottes geschaffen sind und die Kraft haben, die Welt mit ihren Worten zu beeinflussen. Das menschliche Wort kann viele Funktionen haben. Es kann aufbauen, ermutigen, Hoffnung geben und eine Quelle der Unterstützung sein, ähnlich wie das Wort Gottes. Es kann auch Segen übertragen, das heißt, Wünsche für Wohlstand und Erfolg. In der Bibel sehen wir viele Beispiele für Segen, die die Zukunft gestalten können. Selbst in Situationen, die schwierig oder konfliktreich erscheinen, wie der Streit zwischen Esau und Jakob um den väterlichen Segen, haben Worte und Segen Bedeutung. Es ist wichtig zu beachten, dass Segen nicht immer Wünsche für Gesundheit, Glück und Wohlstand bedeutet. Ein Beispiel hierfür könnte der Segen Jakobs im Buch Genesis sein, wo er seine zwölf Söhne individuell segnete und jedem etwas sagte, was oft nicht leicht oder angenehm war. Es wurde jedoch immer noch als Segen betrachtet, da diese Worte das Licht auf dem Weg des Lebens von Jakobs Söhnen sein sollten. Sie sollten ihnen helfen, sich selbst und ihre Berufung zu verstehen, auch wenn dies das Konfrontieren mit schwierigen Wahrheiten bedeutete. Auf diese Weise betonen Fluch und Segen im biblischen Kontext die Macht des Wortes und seine Fähigkeit, die Realität zu formen und das menschliche Leben zu beeinflussen. Worte haben das Potenzial, Liebe, Unterstützung auszudrücken, aber auch Hass und Böses, daher ist es wichtig, sich bewusst zu sein, wie wir unser Wort verwenden und welche Auswirkungen es auf andere Menschen haben kann. Viele moderne Menschen mögen Flüche als veraltet oder nur mit Märchen und Volksüberlieferungen in Verbindung gebracht betrachten. Für viele Gläubige bleiben Flüche und Verwünschungen jedoch reale und einflussreiche Aspekte des Lebens. Tatsächlich kann ein Fluch als konkrete Handlung des Hasses angesehen werden, die von einer Person gegen eine andere gerichtet ist. Es ist eine Art spirituelles Gefängnis, das die Fähigkeiten einer Person einschränken kann, als ob sie in einer Box eingeschlossen wäre. Oft erleben Menschen Schwierigkeiten, wenn sie versuchen, von Sucht oder negativen Gewohnheiten wie Rauchen oder übermäßigem Alkoholkonsum loszukommen. Trotz ihrer Entschlusskraft und Bemühungen scheint es, als könnten sie sich nicht von diesen Abhängigkeiten befreien. Für viele von ihnen ist diese Situation wie ein spirituelles Gefängnis, in dem sie von Kräften gefesselt sind, die ihnen keine volle Freiheit gewähren. Viele von uns sind wahrscheinlich mit dem Glauben vertraut, dass die Geschichte unserer Familie Einfluss auf unser Leben und unsere Entscheidungen hat. Was unsere Vorfahren erlebt haben, ihre Erfolge und Misserfolge hinterlassen Spuren in unserem Erbe. Einer der Aspekte des Erbes, der oft im spirituellen Kontext diskutiert wird, sind sogenannte generative Flüche. Ein generativer Fluch ist ein Konzept, das davon ausgeht, dass negative Verhaltensmuster, Sünden und Probleme von einer Generation auf die nächste übertragen werden können. Es wird angenommen, dass ein generativer Fluch eine Rebellion gegen Gott ist und sein Einfluss kann Scheidungen, Armut, Wut oder andere gottlose Muster umfassen. Unsere Familien haben einen enormen Einfluss auf unsere Entwicklung, einschließlich unserer Sündenmuster. Wir erben nicht nur physische Merkmale von unseren Eltern, sondern auch Verhaltensmuster und Überzeugungen. Wie unsere Eltern mit Konflikten umgehen, welche Werte unsere Kindheit geprägt haben und wie sie auf Stress reagieren, all das beeinflusst unser eigenes Verhalten und unsere Lebensansichten. Wenn in unseren Familien negative Sündenmuster wie Aggression, übermäßige Kritik, Abhängigkeiten oder Scheidungen vorkommen, besteht die Gefahr, dass diese Muster in den nächsten Generationen wiederholt werden. Wenn wir eine sündhafte Gewohnheit oder Überzeugung entwickeln, die sich negativ auf unser Leben oder das Leben anderer auswirkt, wird dies als generativer Fluch bezeichnet. Dies ist die dunkle Seite von Verhaltensweisen, die von Generation zu Generation weitergegeben werden. Generationsflüche können ein schwieriges Erbe sein, das unser Leben und unsere Entscheidungen beeinflusst. Doch im Licht des christlichen Glaubens gibt es einige Schlüsselschritte, die wir unternehmen können, um diese Flüche loszuwerden und unser Leben in Richtung Freiheit zu lenken. Der erste Schritt, um Generationsflüche zu brechen, ist das Verständnis des biblischen Konzepts der Freiheit. Im Epheserbrief lesen wir, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Auf dem Weg zur Freiheit müssen wir daran denken, dass Christus für unser Leben bezahlt hat, damit wir erlöst werden. Erlösung ist mehr als nur die Vergebung von Sünden. Es bedeutet, dass wir von dem befreit wurden, was uns früher besessen hat, und jetzt gehört unser Leben Christus. Unsere Freiheit ist das Ergebnis seines Opfers am Kreuz. Das ist das Fundament, auf dem wir unseren Glauben aufbauen müssen. Die Freiheit, die wir in Christus erhalten, ist nicht etwas, das wir uns verdienen müssen. Im Kolosserbrief lesen wir, mit Freude dank dem Vater, der euch fähig gemacht hat, Anteil am Erbe der Heiligen im Licht zu haben. Er hat uns dem Herrschaftsbereich der Finsternis entrissen und in das Reich seines geliebten Sohnes versetzt, indem wir die Erlösung haben, die Vergebung der Sünden. Es ist Gott, der uns durch seine Gnade von der Macht der Finsternis befreit hat. Unsere Freiheit ist ein Geschenk von Gottes Gnade und hängt nicht von unseren Anstrengungen oder Verdiensten ab. Es ist lohnend, unseren Glauben und unser Verständnis zu vertiefen, indem wir die Heilige Schrift lesen und darüber nachdenken. In ihr finden wir Anleitungen, wie wir in der Freiheit leben können, die ein Geschenk von Gott ist. Indem wir glauben, dass Christus die Quelle unserer Freiheit und Heilung ist, können wir den Prozess beginnen, Generationsflüche zu brechen. Gott, der voller Barmherzigkeit und Gnade ist, möchte, dass wir in völliger Freiheit leben, frei von den Sünden unserer Vorfahren. Es ist unser Glaube und unser Vertrauen in Gott, die uns zur wahren Freiheit von Flüchen und zu einem Leben voller Gottes Gnade führen. Ein weiterer wichtiger Schritt im Prozess des Überwindens von Generationsflüchen ist das Bekenntnis des Glaubens an Jesus Christus. Dies ist nicht nur das Wissen darüber, was Christus am Kreuz getan hat, sondern auch der aktive Glaube an ihn als persönlichen Herrn und Erlöser. Im Evangelium nach Johannes lesen wir, Daran erkennt ihr den Geist Gottes, jeder Geist, der bekennt, Jesus Christus sei im Fleisch gekommen, ist aus Gott. Und jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, ist nicht aus Gott. Das ist der Geist des Antichrists, über den ihr gehört habt, dass er kommt. Jetzt ist er schon in der Welt. Dieses Glaubensbekenntnis zu Jesus Christus als dem Sohn Gottes, der im Fleisch gekommen ist, ist ein entscheidendes Element des christlichen Glaubens. Dieses Bekenntnis bedeutet die Anerkennung von Christus als unseren persönlichen Herrn und Erlöser. Es ist die Akzeptanz seiner erlösenden Rolle in unserem Leben und der Glaube, dass nur durch ihn wir wahre Freiheit von Sünde erlangen können. Es ist wichtig zu betonen, dass das Bekenntnis des Glaubens nicht nur ein Wort ist, sondern eine tiefe Überzeugung des Herzens. Es ist ein Akt des Vertrauens in Christus und die Hingabe unseres Lebens an ihn. Wenn wir unseren Glauben an Christus bekennen, wirkt seine Kraft in unserem Leben und hilft uns, das Erbe von Generationsflüchen zu überwinden. Daher ist es sinnvoll, im Prozess der Befreiung von Generationsflüchen unseren Glauben zu überprüfen und unseren Glauben an Jesus Christus als unseren Erlöser und Herrn zu bekennen. Dies ist ein Schritt hin zur wahren Freiheit und zur Veränderung unseres Lebens. Nachdem du deinen Glauben an Jesus Christus als deinen Erlöser und Herrn bekannt hast, ist der nächste entscheidende Schritt im Prozess des Überwindens von Generationsflüchen die Hingabe an den Gehorsam gegenüber Gott. Dies ist eine aktive Handlung, die zur Transformation des Lebens und zur Befreiung von dem Erbe der Flüche führt. Im Römerbrief lesen wir Stellt eure Glieder nicht der Sünde zur Verfügung als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch Gott zur Verfügung als Menschen, die vom Tod zum Leben gekommen sind, und stellt eure Glieder als Waffen der Gerechtigkeit in den Dienst Gottes. Diese Aufforderung sagt uns, dass wir uns unserem Leben der Dienst für Gott hingeben müssen, indem wir unsere Fähigkeiten und unser geistiges Potenzial nutzen, um das Reich Gottes aufzubauen. Wenn du dich dazu entscheidest, Generationsflüche zu überwinden, ist es sinnvoll, dich der Gehorsam gegenüber Gott zu verpflichten. Dies bedeutet, dass unsere Gebete um Befreiung nicht nur den Versuch darstellen, uns von dem Erbe der Flüche zu befreien, sondern vor allem den Wunsch, dem Herrn besser dienen zu können. Unsere Freiheit soll es uns ermöglichen, Gott ohne Hindernisse und Einschränkungen zu dienen. Gehorsam gegenüber Gott beinhaltet das Praktizieren seiner Gebote, das Leben nach seiner Lehre und das Streben nach moralischer Vollkommenheit. Es bedeutet auch die Bereitschaft, seine Pläne auszuführen und unsere Talente und Ressourcen zu seinem Ruhm einzusetzen. Wenn wir unser Leben Gott zur Verfügung stellen, werden wir zu Werkzeugen der Gerechtigkeit, die dazu dienen, seine großen Ziele zu erreichen. Im Prozess des Überwindens von Generationsflüchen wird die Hingabe an den Gehorsam gegenüber Gott zu einer Kraft, die uns hilft, unser Leben zu transformieren und positiven Einfluss auf andere auszuüben. Diese aktive Hingabe an den Dienst für Gott ist oft der Schlüssel zur vollen Freiheit und zur Veränderung unseres Erbes. Ein weiterer wichtiger Schritt im Prozess des Überwindens von Generationsflüchen ist die Busse für alle begangenen Sünden. Im Evangelium nach Markus lesen wir, sie gingen hinaus und predigten, dass die Menschen Busse tun sollten. Und sie trieben viele böse Geister aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Dieser Abschnitt zeigt deutlich, dass die Jünger Jesu Busse für Sünden predigten, als Teil ihres Dienstes, um böse Geister auszutreiben. Busse bedeutet nicht, dass du zur Vergangenheit zurückkehren und alle begangenen Fehler im Detail auflisten musst. Es ist vielmehr ein Akt der Umkehr, des Verstehens deiner eigenen Sünden und der Bereitschaft, sie vor dem Herrn zuzugeben. Es ist auch der Wunsch nach Veränderung und das Streben nach einem besseren Leben im Einklang mit Gottes Willen. Du musst nicht jedes Detail deiner vergangenen Sünden kennen, sei jedoch offen dafür, was der Heilige Geist dir offenbaren kann. Wenn du eine Sünde entdeckst, die dir vom Heiligen Geist ins Gedächtnis gerufen wird, zögere nicht mit der Busse. Dies kann eine Lüge, Diebstahl, ungerechtes Verhalten oder eine andere Sünde sein. Bringe es im Gebet vor den Herrn, bekenne deine Sünde und bitte um Vergebung. Busse ist ein Akt der Reue und der Hingabe deines Lebens in die Hände Gottes. Nicht bereute Sünden können offene Türen sein, durch die Generationsflüche immer noch dein Leben beeinflussen können. Busse ist ein entscheidender Schritt, um diese Türen zu schließen und das Erbe der Sünde abzuschneiden. Es ist auch ein Akt der Annahme von Gottes Vergebung und Rettung. Ein weiterer wichtiger Schritt im Prozess des Überwindens von Generationsflüchen ist die Befreiung von jeglicher Unvergebung. Dies ist ein wichtiger Aspekt unserer geistigen Freiheit, der unsere Beziehungen zu anderen und unsere eigene Lebenssituation beeinflussen kann. Im Evangelium nach Matthäus lesen wir, Da wurde sein Herr zornig und überlieferte ihn den Peinigern, bis er alles bezahlt habe, was er schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr nicht ein jeder seinem Bruder von Herzen vergebt seine Verfehlungen. Jesus betont die Bedeutung der Vergebung in unserem Leben sowie die Konsequenzen der Unvergebung. Die Befreiung von Unvergebung bedeutet, dass wir bereit sind, anderen ihre Fehler und Verletzungen zu vergeben, so wie Gott uns unsere Sünden vergibt. Das ist keine leichte Aufgabe, aber sie ist notwendig, damit wir die wahre Freiheit des Geistes erleben können. Unvergebung wirkt wie Fesseln, die uns in der Gefangenschaft von Generationsflüchen halten. Es ist sinnvoll zu überlegen, ob es Menschen in unserem Leben gibt, denen wir nicht vergeben haben. Das Überwinden von Generationsflüchen erfordert ein reines Herz und die Bereitschaft zur Vergebung. Es ist auch ein Schritt in Richtung Befreiung von belastenden Mustern des ererbten Fluchs. Gott, der die Quelle wahrer Freiheit ist, ist bereit, uns im Prozess der Vergebung zu helfen, wenn wir ihm vertrauen und unsere Gefühle in seine Hände legen. Ein weiterer äußerst wichtiger Schritt im Prozess des Überwindens von Generationsflüchen besteht darin, sich vollständig von jeglichem Kontakt mit Okkultismus, Magie, Zauberei, Flüchen, dämonischen Bindungen, dämonischen Zeremonien, Blutbünden, falschen Göttern und falschen Religionen zu distanzieren. Dies ist ein Schlüsselaspekt der Befreiung von der Einflussnahme dämonischer Kräfte und böser Geister. Im zweiten Brief an die Korinther lesen wir, aber wir haben uns von den heimlichen und schändlichen Taten abgewandt. Wir handeln nicht mit Hinterlist und verfälschen nicht das Wort Gottes, sondern legen uns durch das Offenlegen der Wahrheit vor dem Gewissen aller Menschen vor Gott dar. Dieser Aufruf sagt uns, dass es notwendig ist, alle Praktiken und Handlungen abzulehnen, die im Widerspruch zur Lehre und dem Willen Gottes stehen. Okkultismus, Magie, Zauberei und alle Handlungen im Zusammenhang mit Dämonen stehen im Gegensatz zu Gott und seinem Wort. Der Kontakt mit diesen Praktiken kann dazu führen, dass Türen für den Einfluss dämonischer Kräfte und Generationsflüche geöffnet werden. Das Aufgeben dieser Praktiken ist notwendig, um frei von ihrem Einfluss zu sein. Es ist auch ein Aufruf zur Abkehr von falschen Religionen und Göttern, die nicht mit der christlichen Lehre übereinstimmen. Viele falsche Religionen und Praktiken können Menschen in die Irre führen und sie von Gott trennen. Das Überwinden von Generationsflüchen erfordert konsequente Abkehr von allen Handlungen und Praktiken, die nicht im Einklang mit Gottes Lehre und seinem Willen stehen. Es ist auch ein aktiver Schritt in Richtung Hingabe an Gott und Gehorsam gegenüber ihm. Gott möchte uns von allen dämonischen Einflüssen befreien und uns zur vollen Erkenntnis seines Lichts und seiner Wahrheit führen. Durch den Göttern, die gönnen, die Göttern an Gonzöme und der Göttern an den Göttern. Das wird von der Göttern erfordert. Vielen Dank.